Unser Straßennetz in Deutschland besitzt eine Länge von ca. 650.000 km. Laut einer Studie soll das befestigte und unbefestigte Straßennetz weltweit rund 31,7 Millionen Kilometer lang sein. Das ist rund 791 mal um den Äquator. Zurzeit werden Straßen meist nur als Infrastrukturmittel gesehen und so behandelt. Doch denkt man ein wenig abseits der eingetretenen Pfade, können Straßen auch anders genutzt werden. Wir schauen uns heute fünf verschiedene Ideen an, wie Straßen noch genutzt werden können und zu einer Smart Road werden. Einige Ideen sind bereits in der Testphase und andere noch in den ersten Zügen der Umsetzung. Interessant, diese Dinge umzusetzen, sind sie aber allemal. Viel Spaß beim Video. Die erste Idee ist bereits mehrfach hergestellt worden und ist eine Idee aus Frankreich. Auch hier hat man sich die Frage gestellt, wie kann man die Straße noch nutzen? Die Antwort ist simpel, als Wärmespeicher bzw. Kältespeicher. Dafür werden in den Asphalt, wie bei einer Fußbodenheizung, Schläuche eingelegt. Die Straße erhitzt sich durch die Sonneneinstrahlung und heizt die spezielle Flüssigkeit in den Schläuchen auf. Jetzt fragt man sich, wohin mit der Wärme? Und diese Antwort finde ich noch besser. Denn was verbinden Straßen? Unsere Wohnhäuser, Bürogebäude, Einkaufs- und Industriehallen. Und was haben diese alle gemeinsam? Wir halten uns daran auf und fühlen uns im Winter bei angenehmen Temperaturen in den Gebäuden wohl. Man kann also die so gewonnenen Wärme in die Gebäude daneben abführen und diese so indirekt durch Sonnenenergie heizen. Doch diese Idee kann noch mehr. Neben der Straße werden dafür, wie bei Geothermie, Tiefbohrungen hergestellt. So kann das gesamte System, die gesamte Flüssigkeit, in einer gleichmäßigen Temperaturspanne gehalten werden, da unter der Erde ganzjährig gleichmäßige Temperaturen herrschen. Im Sommer wird die heiße Asphaltstraße an der Erdoberfläche durch die kühleren Temperaturen unter der Erde gekühlt. Die Straßen sorgen so zu einer Kühlung in unseren Städten und Häusern. Im Winter sind die Temperaturen unter der Erde wärmer als an der Erdoberfläche und wärmen damit die Straße. Schnee taucht sofort auf, und es kommt nicht mehr zu Schnee und Vereisungen auf der Straße. In der Theorie kann man sich dann Tausalze und Schneeräumung sparen, zumindest in den Regionen, wo es nicht so häufig strenge Winter gibt, wozu ich aber auch Deutschland inzwischen zähle. Ein netter Nebeneffekt ist auch, dass man die Temperaturschwankungen innerhalb der Straße verringert und es nicht mehr so heiß oder so kalt wird. Und das kann positive Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit der Straße haben. Inwieweit das allerdings stimmt, müsste noch geprüft werden. Die nächste Idee finde ich auch richtig gut. Der Trend weg von Verbrennern hin zu Elektroautos verstärkt sich bei der Diskussion um Natur und Nachhaltigkeit aktuell. Ein zentrales Thema ist da die Reichweite der E-Autos und die Ladegeschwindigkeit. Wie wäre es da, wenn man während der Autofahrt seinen Akku auflädt? Und genau das ist das aktuelle Thema bei einem Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen. Der Elektro-Highway ist ein technisches Konzept, bei dem Elektrofahrzeuge durch elektromagnetische Induktionsstreifen auf der Straße aufgeladen werden. Es handelt sich also wie bei den kabellosen Handyladegeräten um eine drahtlose Energieübertragung. Dadurch sollen Elektroautos und andere Fahrzeuge während der Fahrt aufgeladen werden können und dadurch weitere Strecken zurücklegen. Dafür befindet sich im Unterboden des Fahrzeuges eine Spule und auf der Oberfläche bzw. im Asphalt befindet sich eine weitere Spule. Fährt nun das Fahrzeug über die Spule, wird die elektrische Energie kontaktlos über ein Magnetfeld, also die Induktionsspannung, übertragen und dadurch die Autobatterie aufgeladen. Die Kontakte sollten allerdings nicht so weit weg sein, denn erkennt der Sensor Störfaktoren, wird der Vorgang abgebrochen. Bei der nächsten Idee geht es viel mehr um den Gedanken des Recyclings als um eine Innovation. Qualität und Haltbarkeit von Straßen ist ein besonders wichtiges Thema. Ein sich abzeichnender Bedarf an Hochleistungsbaustoffen für Straßen, die Spuren und Risse vermeiden und damit Instandhaltungskosten reduzieren, rückt verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Gleichzeitig steigen aber die Rohstoffkosten für Asphalt. So stehen sich einige Punkte im Widerspruch zum angestrebten Ziel, Straßen kostengünstiger und dauerhafter zu bauen. Man versucht seit Jahren kostengünstige Zuschlagsstoffe, die recycelt werden können, zu finden. Bei einer Methode werden aus Altreifen Gummimehl hergestellt und dem Asphalt mit einem weiteren Zusatzstoff beigemischt. Das Ergebnis ist eine gummihaltige Asphaltmischung für den Straßenbau. Diese wird in den USA bereits seit vielen Jahrzehnten verwendet. Langzeitstudien haben dort eine deutliche Verbesserung der Haltbarkeit bewiesen und seit einigen Jahren wächst auch in Europa der Markt für elastomer modifizierten Straßenbelag. Durch die Zugabe von Gummi werden die Rissanfälligkeit, Spurrinnen und Schlaglochbildung vermindert. Dadurch verlängert sich der Lebenszyklus der Straße. Ein weiterer Vorteil ist die Lärmreduzierung, die durch den elastischeren Asphalt erreicht wird. Und so werden mit der Wiederverwendung von Autoreifen weitere Ressourcen geschont. Die vierte Idee ist ähnlich der dritten auch eher eine Idee zur Verlängerung der Dauerhaftigkeit der Straßen. Ich bin bei einem TED-Talk darauf aufmerksam geworden und möchte auch hier die Idee der selbstheilenden Straße vorstellen. Unsere Asphaltstraßen gehen meist durch eine Ermüdung und dann beginnende Rissbildung kaputt. Wenn man also die Rissbildung immer wieder heilen könnte, kann man so die Dauerhaftigkeit der Straßen verlängern. Und das macht die selbstheilende Straße. Dafür werden Stahlwollefasern dem Bitumen beigemischt. Beim Auftreten von Schäden werden die Stahlwollefasern mittels Induktionsenergie erhitzt. In dem TED-Talk-Video erhitzt der Professor, der die ganze Sache vorstellt, den Probekörper durch eine Mikrowelle. Das umliegende Bitumen schmilzt bei einer Temperatur von 60 bis 70 Grad Celsius und verfüllt die Risse. Und der Asphalt hat sich damit selber geheilt. Diese spezielle Asphaltmischung wird seit 2010 auf einem 400 Meter langen Teilstück der A58 nahe Fließingen in den Niederlanden erprobt. Der verwendete Asphalt ist ein spezieller, offenporiger Asphalt, dem kleine Stahlwollefasern beigemischt worden. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Lebensdauer des Asphalts bei Anwendung aller vier Jahre, das heißt man muss aller vier Jahre einmal den Asphalt erhitzen, etwa verdoppelt werden kann. Der mit Stahlwollefasern angereicherte Asphalt kostet etwa 25 Prozent mehr, laut Angaben des Instituts, als eine herkömmliche Asphaltdecke. Er zielt jedoch in einer Gesamtkostenbetrachtung wirtschaftliche Vorteile. Deutsche Städte und Gemeinden wenden jedes Jahr etwa 3,5 Milliarden Euro für die Beseitigung von Schlaglöchern auf. Darauf folgt, die Straßenqualität nimmt spürbar ab. Lärm und Partikelaufwirbelung nehmen zu. Durch die Beimischung von Stahlwollefasern und die selbstheilende Wirkung des Asphaltes dürften die finanzielle Belastung gemindert werden. Die fünfte und letzte Idee in dem heutigen Video versteht die Straße als Luftreiniger, was interessant ist, da durch die darauf fahrenden Autos Abgase und ein Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes verursacht werden. Die Straße wird also zu mehr als nur eine Fahrbahnfläche. Besonders in Innenstädten, wo die Stickoxidkonzentration deutlich höher als anderswo ist, finde ich diesen Asphalt wirklich interessant. Davon gibt es bereits in Hamburg mehrere Versuchsstrecken zur Untersuchung von Effektivität und Belastbarkeit. Dieser Asphalt nutzt eine fotokatalytische Reaktion, um die bereits genannten Stickoxide zu verringern. Noxon, wie der Asphalt genannt wird, reduziert die Stickoxide auf Basis der Titandioxidreaktion. Wenn das Titandioxid mit UV-Strahlen angestrahlt wird, wird es aktiviert und katalysiert mit den Stickoxiden, welche sich in der Luft befinden, zu Stickstoff. Der so entstandene Stickstoff wäscht sich dann einfach mit dem nächsten Regen von der Straße. Die Stickstoffmenge, über die wir da reden, ist sehr gering, selbst verglichen mit den Grenzwerten vom Trinkwasser. Diese Reaktion soll ständig und über einen sehr, sehr langen Zeitraum ablaufen und so dauerhaft die Stickoxide in den Innenstädten reduzieren. Dafür wird im ersten Schritt ein Asphaltgerüst hergestellt, in das zu guter Letzt eine Zementsuspension gegossen wird, die das Titanoxid beinhaltet. Die Zementsuspension kann in verschiedenen Farben, also besonders hell oder dunkel, hergestellt werden und sieht hier auf dem Foto aus wie eine Waschbetonoberfläche. Wer also das nächste Mal am Kronstiegtunnel in Hamburg fährt, fährt über den Stickoxidreduzierenden Asphalt. Das waren die fünf Ideen, wie man die Straße der Zukunft verbessern und mit weiteren Zwecken verbinden kann. Ob als Wärmespeicher und Energiegewinner, als flächige Ladestationen für Autos, alternative Recyclingstationen von Gummireifen, die selbstteilende Straße oder luftreinigende Oberfläche. In den Straßen von morgen steckt weitaus mehr, als nur darauf zu fahren. Bei der Recherche für dieses Video habe ich auch gesehen, dass es noch weitere Methoden mit Solarpanelen als Fahrbahnoberfläche oder Plastikmodule gibt, die ineinander gesteckt werden. Grundsätzlich ist es auch eine ganz gute Idee, die im ersten Moment sich ganz gut anhört. Wenn man dann aber etwas genauer über Nutzen und vor allem Instandhaltung, Wartung, Dauerhaftigkeit nachdenkt, merkt man ganz schnell, dass diese zumindest noch nicht schlussendlich ausgreift sind. Das war's für heute. Schreibt doch eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.